Ich darf Ihnen heute über die Wirkung des elektrischen Stroms auf den Menschen berichten. Die Wirkung des elektrischen Stroms auf den Menschen und Nutztiere war die Arbeit von Prof. Dr. Gottfried Bigelmeier, mit der er Geschichte geschrieben hat. Stromunfälle hatten eine Vielzahl von Toten in der ganzen Welt verursacht und er war es, der mit seiner Patentschrift einen Schutzschalter anmeldete und damit zum Vater des Elektroschutzes wurde. Ich möchte heute mit Ihnen besprechen, warum Strom für den Menschen gefährlich ist. Unser Programm wird sein zuerst Stromunfälle in Österreich, dann der Effekt von Strom auf Haut und Herz, beim Herz werden wir uns etwas vertiefen, anschließend werden wir über Verbrennungen und sonstige Wirkungen sprechen, zum Schluss die erste Hilfe und dann eine Zusammenfassung geben. Ich darf Sie nun bitten, mit mir auf diese kurze Reise zu gehen. Beginnen wir mit Stromunfällen und Stromtoten in Österreich. In der unteren Hälfte der Abbildung sehen Sie die Stromunfälle über die letzten 20 Jahre und man sieht sehr gut, dass die eigentlich sehr stabil sind. in der dunkleren Farbe sind die Männer abgebildet, in dem hellen Cyan die Frauen und darüber die Kinder. Kinder. Und man sieht über die um die Mitte oder Jahrtausendwende gab es einmal eine starke Bewegung nach unten. Jetzt geht es eher ein bisschen nach oben. Glücklicherweise sind aber die Stromtoten rückläufig. Das ist die obere Abbildung. Hier ist dunkelrot wiederum Männer, leuchtendrot Frauen und Sie sehen in orange Kinder und im letzten Jahr gab es zwei Tote und davon leider ein Kind. Strom und Haut. Die Haut ist eigentlich bis auf die Schweißdrüsen, das sind diese spiralenförmigen lila Gebilde hier und die Poren, die durch die Haut dringen und die elektrolythaltige Lösungen enthalten, und für den Strom nicht leitend. Aber eben deshalb kann der Strom sehr wohl in die Tiefe eindringen. Die Oberhaut ist eigentlich elektrisch isolierend, darunter gibt es aber sehr wohl Schichten, die leiten und die sind sehr individuell von Mensch zu Mensch, aber auch sehr individuell von der Stelle am Menschen, ob das nun die Handfläche ist oder der Handrücken. So ist dieser Unterschied zwischen 50 und 350 Mikrometer. Typisch für einen Stromunfall sind weiße, wulstige Ränder, wie wir sie hier an der Hand von diesem Patienten sehen. Nun wenden wir uns dem Organ zu, das am meisten betroffen ist, das ist das Herz, und machen einen kleinen Abstecher in die Anatomie und Physiologie. Das Herz hat zwei Vorkammern, die rechte und die linke, und zwei Kammern, die rechte und die linke. Es ist also ein Hohlmuskel, der den Blutkreislauf in Bewegung hält. An sich kann es autonom schlagen, aber es kann auch über das Nervensystem angesteuert werden und auch über Botenstoffe. Die zwei Zyklen des Herzens sind die Systole, in der das Blut aus dem Herz ausgetrieben wird, hier auf der rechten Seite in die Lunge, auf der linken Seite in die Hauptschlagader, in die Aorta. In der Diastole füllt sich das Herz, auf der rechten Seite wiederum das sauerstoffarme Blut und auf der linken Seite das sauerstoffreiche Blut. Einzigartig ist, dass sich die Erregung im Herz von Muskelzelle zu Muskelzelle welbenförmig ausbreitet. Das hat Vorteile, aber ist eben auch gefährlich, wenn es um Strom geht. In der nächsten Folie werden wir genau das besprechen, wie nun die Erregungsleitung sich ausbreitet im Normalfall, im physiologischen Fall. Die Erregung beginnt am Sinusknoten und geht dann in die Vorkammern über. Man nennt das atriale Fasern, die Fasern der Vorhöfe. Die leiten die Erregung dann zum sogenannten AV-Knoten, das ist der Knoten, der zwischen den Vorhöfen und den Kammern steht, der atrioventrikulare Knoten. Dort findet eine Verzögerung statt, dann geht es in das sogenannte Hische-Bündel, bevor sich die Erregungsleitung bis in die zwei Schenkel, die für den rechten und für den linken Ventrikel verantwortlich sind, aufzweigt. Die Kontraktion, das heißt die schraubende Bewegung, mit der das Herz das Blut austreibt, beginnt in den Papillarmuskeln, das sind diese weißen Fäden, die hier gezeichnet sind und die als erstes die Klappen dicht machen müssen. Und dann schiebt sich die Herzspitze zur Herzbasis und das wiederholt sich 70 Mal in der Minute. Wie schaut das nun aus, wenn wir es uns im Detail anschauen? Ganz links eine Herzmuskelzelle und Sie sehen die kontrahiert von selbst, ohne dass es Elektroden gibt. Das ist das Besondere. Wenn die im Verbund schlagen, so wie das bei uns oder auch bei Tieren der Fall ist, dann entsteht daraus diese rhythmische Kontraktion, hier ein Blick mit dem Echokardiogramm und ganz rechts sieht man, wie das Herz vollkommen autonom und unabhängig von Nerven schlägt, das ist ein Kaninchenherz bei uns im Labor. Herzrhythmusstörungen sind weit verbreitet, ganz entscheidend ist, der normale Rhythmus heißt Sinusrhythmus, entsprechend dem, dass er vom Sinusknoten ausgeht. Und er zeichnet sich immer durch eine P-Welle, einen QRS-Komplex und eine T-Welle aus. Fehlt die P-Welle, so ist es ein Knotenrhythmus, fehlt der QRS-Komplex, so ist es ein Block, kommt es zu unregelmäßigen Vorhoffskontraktionen, so ist es entweder ein Vorhofflattern oder wenn es feiner ist ein Vorhofflimmern und das gefährlichste ist das Kammerflimmern. Herzrhythmusstörungen, vor allem das Vorhofflimmern und der AV-Block sind häufig. Wir können medikamentös therapieren, wir können im Zweifelsfall Fasern und Bündel durchtrennen mittels Ablation und wenn gar nichts anderes hilft, vor allem beim Schrittmacher, beim AV-Block ist dann der Schrittmacher die Therapie der Wahl. Hier wird eine oder zwei Sonden ins Herz eingeführt und dort verankert und die werden dann außen mit einem Aggregat, mit einem Schrittmacher verbunden. Das Ganze ist ein kleiner Eingriff, der in lokalen Narkose durchgeführt wird. Was passiert nun beim Kammerflimmern? Beim Kammerflimmern, egal ob durch Gleich- oder Wechselstrom, wird das Herz in der vulnerablen Phase verletzt. Also in der Phase, wenn es sich entspannt am Beginn und im Aufsteigen als der T-Welle. Und wenn hier, und das hat Biegelmeyer sehr schön gezeigt, der Impuls hereinfällt, dann kann es aufgrund dieser besonderen Architektur zum Ausbreiten von Kammerflimmern kommen. Unmittelbar und sofort bricht der Blutkreislauf zusammen. Die Druckwelle, hier in gelb dargestellt, fällt ab und man kann sich vorstellen, was das im Gehirn verursacht, wenn kein Blutfluss zustande kommt. Ein einziger Impuls, auch das können wir uns schon merken, kann dem Ganzen ein Ende setzen und das nennt man Defibrillation. Unabhängig ob Gleich- oder Wechselstrom, so muss man sagen, entscheidend ist, dass eigentlich bei einem normalen Stromanunfall sehr wenig durch den Körper des Menschen fließt. Nur 0,1 bis 8 Prozent des Gesamtstromes. Entscheidend ist aber die Flimmerstromstärke und dadurch die Durchströmungsdauer. Bei höheren Stromstärken reicht bereits eine sehr kurze Kontaktzeit und das Gleiche gilt natürlich auch für das Umgekehrte. Dadurch sind auch Kinder wesentlich empfindlicher, weil sie eine höhere Herzfrequenz haben, als Erwachsene. Denn selbst bei kurzer Einwirkzeit kann der gesamte Zyklus des Herzens bestromt werden und sie deshalb irgendwann einmal auch in der vulnerablen Phase verletzt werden. Eine kurze Elektrisierung reicht hier bereits aus. Die Flimmerschwelle bei Gleichstrom sind 300 mA, bei Wechselstrom 80 mA. Ich darf Ihnen noch zwei Beispiele zum Flimmern bringen. Wiederum aus dem Labor hier das Kaninchenherz, das rhythmisch schlägt und mit einem Löffel, der an einen Defi angeschlossen ist, an einen Hochfrequenzstrom, kann hier das Flimmern ausgelöst werden. Das Kaninchenherz hört von selbst auf, wenn der Reiz wieder wegfällt. Beim Patienten, auf der rechten Seite, ist das nicht so. Hier hängt der Patient noch an der Herz-Lungen-Maschine und flimmert, nachdem die Operation fertig ist. Um diesen flimmerten Herzmuskel wieder gleichzurichten, muss man defibrillieren. Bevor wir das tun, aber schauen wir noch kurz zu den anderen Organen. Wir haben gesagt, was passiert auf der Ebene der Verbrennung? Direkte Stromeinwirkung führt zu schweren Verbrennungen, vor allem an der Haut, darüber haben wir bereits gesprochen, und an den Gelenken, denn dort kommt es wiederum zu Erhöhungen des Widerstandes. Der elektrische Lichtbogen, hier kommt zusätzlich zur Verbrennung auch noch eine Verblitzung der Augen dazu. Sehr hohe Stromstärken, und ich habe das schon mehrfach betont, sind eigentlich immer tödlich durch Kammerflimmern. Sollte das aber erfolgreich beendet werden, entstehen trotzdem Kollateralschäden, und diese Kollateralschäden sind Gott sei Dank reversibel. Knochen und Muskeln können zwar verbrennen und bis hin zur Verkohlung verändert werden, aber das lässt sich Gott sei Dank plastisch chirurgisch lösen. Das Herz hat Extrasystolen, auch die sind nicht tödlich, sondern vergehen wieder. Am Nervensystem finden wir den Elektroschlaf, die Elektronarkose oder den Elektrokrampf, je nachdem wie viel vom Gehirn durchströmt wurde. Entscheidend ist, das sind neurologische Kurzzeitausfälle, die sich widerlegen, genauso wie Muskelschwächen. Und bei Augen kann es zu Einblutungen kommen und zur Linsentrömung. Abschließend noch ein Wort zu Blitzströmen. Der Blitz ist ein impulsförmiger Strom und hier ist ganz entscheidend, dass auch das fast immer zu lethalen Kammerflimmern führt. Die erste Hilfe und Wiederbelebung. Hier gilt ganz entscheidend, Kammerflimmern ist die Hauptursache für den Tod. Es gibt allerdings eine einzige Möglichkeit, um das Kammerflimmern zu unterbrechen und das ist der elektrische Gegenschock mit einem Defibrillator. Alle weiteren Maßnahmen sind nicht zielführend. Man sieht hier genau diese Defibrillation dieses Patienten, den wir schon kennen. Man führt zwei Schocklöffel direkt in den Körper ein und gibt den Schock ab. Jetzt, Sie haben es gesehen, ganz leicht hebt sich das Zwerchfell und das Herz beginnt wieder rhythmisch zu schlagen. Bei Patienten, die nicht im Herz-OP sind und einem Defi brauchen keinen, diese Defibrillationselektroden können außen am Brustkorb angeklebt werden und diese Geräte findet man heute eigentlich überall. Am Bahnhof, in den öffentlichen Verkehrsmitteln und natürlich in Arztpraxen und im Krankenhaus beziehungsweise im Rettungsauto und so kann sehr erfolgreich wiederbelebt werden. Ich darf daher zusammenfassen, es gibt noch immer eine sehr hohe Anzahl an Stromunfällen in Österreich. Eine zu hohe Anzahl. Obwohl das Herz selten stark durchströmt wird, ist das Herz das verletzlichste Organ. Die Flimmerschwelle bei Gleichstrom liegt bei 300 mA und bei Wechselstrom bei 80 mA. 50% Flimmerwahrscheinlichkeit bedeutet, dass bei diesen Stromstärken 50% der Probanden oder Tiere ins Flimmern kommen. Der Hauptgrund für die hohe Sterblichkeit ist das Kammerflimmern und die einzige Therapie der Elektroschock im Sinne des Defibrillierens. Und das Allerwichtigste, bleiben Sie vom Strom fern. Ich danke. Beziehungsstärken Segen Abend Beziehungsstärken Beziehungsstärken Beziehungsstärken